Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zu einer Weile von Rainbow Six Siege, zusammen mit Nugget, Elias und dem Julian. Pow, pow, pow! So. Finally! So, erstmal gerade ein Waffenskin für Bandit gekauft. Die sind locker eh oben. Oh. Oh, passt auf Interros auf. Oh, Paxery. Wie bitte? Es geht vor allem an Auflös. Ja, ist schon drin. An alle! Was kommt mal da? Aufsehen mit Gewürz. Eins und go! Run, boy, run. Dun, 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 dun. Okay. Geil. Ha! Das war die Kamera. Das war Bandit. Das war Bandit. Ja. Scheiße. Ah, ich liebe diese Löcher. Hast du mal ne Granate? Ja. Kommt mal her. Ey, pass auf diesen Mira-Window. Schmeiß ihn mal bitte von hier oben da drüber. Hallo IQ. Ja, nicht so. Du musst Richtung Mira-Fenster schmeißen. Da ist keiner hin. Ah, da kommt einer Surround. Ja, der ist jetzt wieder zurück. A-Diggar, ist mit meinem Aim los. Ja, 50 FPS. Geil. Warum bimmst du dich? Nööö Yummy 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 Warum Heldie komm schon, bewegt dich Bewegt deinen Arsch Es gibt jetzt so ein Rap-Lead davon Aber ich weiß ja nicht wie das weiter geht Singt auf jeden Fall so ne ganze Zeit umso Mhm ich glaube ja Ich hab vergessen die Wände unter Strom zu setzen mit dem Mira-Fenster, oder? FPS-Bug? Ja. Auf Clubhouse? Ja, FPS-Bug hast du. Aber zwischendrin einfach nur 12 FPS oder sowas. Nee. Ja, hier sind ein paar vorne. Läuft, ja. Außerhalb von CCDB ist, äh, Thermitee. Ja, 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 okay, lass mich da hin. Okay. Ah. Ich hab sie getroffen. GUMMING KIT! Weiß nicht. Geh da weg! Bis vorne. Ach so. Ja, ey! Ich wusste nicht, dass die immer noch da ist. Boys. Please. Please. Nein. Gizmo-triggered. Ja, ja, das war CCDB. Vorne da an dem Gang. Oh, hallo, Ella! Ah ja, hallo. Guten Tagi. GUMMING MING! GUMMING MING! GUMMING MING! Oh, genau daneben aufgemacht. Die Scheiße hier, ey. Bei mir ist was drin. Ah! Wow! Lotz! Lotzki! Bye! Tschüssikowski! Wup-wup! Juge! Dass ich die doch bekommen hab, ey! Ich hab einfach die ganze Runde nix gemacht. Alter! Tüdeli! Oh! Sie sind im Büro. Okay. Ich glaub ich krieg dieses Mal kein Z4 in die Fresse. Hahahaha. Mann! Ich hasse Menschen, die mal die Drohne kaputt machen, Alter. Oh Gott! Frostfair! Das gilt besonders für unseren Blitz! Junge, die haben ja mal die Anti-Blitz-Mission! Bände, Blision, Frost. 5 Sekunden! Aliah sitzt. Hör, bleh! Hör, bleh! Hör! Hör, bleh! Hör, bleh! Los, komm, komm, komm Meister Bay Flieg und sieg Spontig, Spontig Wo? Okay Warte mal kurz, schön, mach kurz Mein Monster ist gleich leer Nein Er kommt Ist tot Ich hab ihn bekommen, alter, kann mir einer helfen? Leck, go mio, alter, passt auf hier Das Fenster offen Nice, dankeschön Dach, 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 dach Pass auf Wir fahren mit der Drohne nach da hinten Okay, ich geh mal rein Nice Gut auch rein Jungen Das hat mich doch bekommen Wupp Knopf Nimm ihn Geil Nice Gilt Na gut Ja, schieß du mal Schieß du mal Schieß du mal Schieß du mal Ja, was ist mir altijd Ne Him die zuschicken Sagen, hier Spiel damit und dann fallen nachher die Knöpfe davon ab und dann schmeißt er sie gegen die Wand oder so. Das wäre ein bisschen... Hat einer einen Impact oder so? Oh da! Hier du da! Never lucky! Äh, hallo? Geil? Wie heißt der nochmal? Visual, ne? Visual! Hi! Ja, warum denn? Hört man das jetzt? Ne, ne? Ich glaube ein Ziel das. Ah ok, er macht das schon aus, geil. Nein, 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 nein! Alter Schwede, war das knapp! Hier lassen wir den auch noch auf. Mach unten auch. Dirty Band. Ich glaube, er muss nicht anschreiben. Aber ist schon schnell. Hä? Alter, schon auf im Loll. Oh nice! Sexy! Jo! Ich hab da aufgeschlagen. Hier! Oh ja! Geiles Ding! Ich hab... oh! Gefuscht! Hab's einen! Ich hab nur noch 40 HP. Guys! Ich hab noch nicht mal Rüstung, ey! Ha! LOL! Ich komm mal runter gehüppelt! Ich hab die Rüstung gedroppt! Ja, alles gut, alles gut! Sind sie alle davor? Ich hab keine Ahnung. Die sind glaube ich links. Links ist auch getömmt. Nein! Am Fenster! Schade! Banane! Ah, stand nicht zu lange. Junge, wie lange ist das? Auf dem Smoke? Op4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Prevent further access to the biohazard container. We're loading! Jaaa! Gönn ihn dir! Jaaa! Gönn ihn dir! Er hat ein Rainbow Einhorn dran! Ach, wer hätt's gedacht! Sie sind nicht oben! Scheiße! Good work! The biohazard container. Alle fahren hinterher, ey! Cool. Ah, wir sind hier. E-Points! Uh! Momentan kann man noch Punkte machen, guys! Gönnt euch! Warum sind alle drei Roamer im Raum? Warum sind alle drei Roamer im Raum? Wahrscheinlich die, die nicht roben sollen? Siehst du mal! Oh, oh, das war's! Nein! Nicht beim Bildschirm! Scheiße! Wir haben kein Ding! LOL! LOL! Das ist die Kack-Toilette von... Von Clubhouse! Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Clubhouse? Hier gibt es auch die gleiche Kack-Toilette wie ein Clubhouse! Wird die ganze Zeit entdeckt, Jungs! Was los? Nice! Wie die Kameras? Ja, da hinten war die! Das sollte clear sein! Ja, kann! Ja, boah! Jtorch! auge! Penetration! Bitch! Nein... Welche? Ja, die kannst du zerschießen. Aber die musst du dann auch finden. Außer du bist reingelaufen, da musst du halt den Nadel, eh die Nadel, den Nadel. Ich pushe mal. Oh, das war ganz schön. Shit, 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 hier irgendwo. Pass auf, da ist offen, da ist offen links. Die Wand links ist offen. Danke. Nice. Da, da, da. Nein, bin ich kein Endschart. Links hättet ihr ne Exa? Nein. Kacke. Elias, er steht da. Nein. Oh fuck, ich dachte, er ist wirklich fein, Alter. Doch, rechts. Kacke. Animal Boy gehört. Scheißdreck. Ja, hol dir ein bisschen Öl und mach mal hier. Das hört sich an, als wenn Oma und Opa hier aufm Bett Rumpy Gumpy spielen. Mach mal den Droppy zu, ne? Oben. Ey, irgendwas sagt er doch immer. Ich verstehe aber auch nichts. Ich kann dir open the hatch, please. Ach, open. Lol. Aber warum höre ich das denn nicht? Das ist komisch. Ich hab eine Twitch drunne. Irgendwann, da ist ein Ella hier, also gehen wir aus dem Weg. Warte. Push to talk. Night mode. So, jetzt kommt hier ESL Spot. Guck mal, ob die sich checken, dass sie alle gespielt. Ja, ich hab noch zwei Wände. Ich auch. Oh, die Krä... Na ey, wer markiert denn? Ich nicht. Ich hab noch eine normale Stern. Two more motherfuckers. Huhuhu. Lappen, Digga. Geht ja einfach mit dem Kram, Mann. Junge alter Vigil. Ich hab dich gekotzt. Digga, markier. Digga, markier doch nicht mit der scheiß Kamera, Alter. Bär von euch. Alter, ich hör dir nicht. Da rennt zwei draußen von uns. Da rennt zwei draußen von uns. Nein, hab ich nicht, Mann. Kannst auf meine Aufnahme gucken. Rechts von der Haupttür. Rechts von der Haupttür auch. Gehst du mal? Von wo? Oh, äh, da hast du vier schon drin. Äh... Ja, schau die Kameras. Okay. Okay. Hier ist schon tot. Hier ist schon tot. Hallo, ich bin ohne. Das war ganz übel, ey. War da noch einer? Yo, da war noch einer. Da ist noch mehr, Alter. Na? Wo ist der letzte? Yay, way, yo. Zacki, zacki. Psss, psss, psss. Junge. Das war schon ein Matchpoint, ey. GG. GG, my friends. Alter Junge, wenn das jetzt kein Alpha-Pack gibt, ey, dann deinstalliere ich das Spiel. Geil, mach mal. Bitte kein Alpha-Pack. So, gucken. Packs? 25%? Oh, schade. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Schaut auch bei den anderen mal vorbei. Okay. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Reingau. Ciao, ciao. Aufmerksam mal. Wom you come. Jamal aber. Foi hier. Llaw Dayton aus. Esperen hier. Wenn es euch gefallen hat, essen. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's ham. Vielen Dank.